Hallo, also was für ein Deutschland wünsche ich mir. Ich wünsche mir vor allen Dingen ein friedliches Deutschland. Ich wünsche mir ein starkes Deutschland, ein wirtschaftlich starkes, aber auch ein sozial gerechtes Deutschland, das versucht, die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzuhalten, die gesellschaftliche Kluft innerhalb Deutschlands nicht größer werden zu lassen und das in enger Abstimmung mit seinen Partnern kooperiert und versucht, die verschiedensten Interessen unter ein Dach zu bekommen. Danke.